Servus, ich habe heute wieder mal so ein bisschen was vorzubasteln und zwar möchte ich mir, was heißt basteln, was verändern, ich möchte mir den Bremslichtschalter vorne an die Armatur mitmachen und ich weiß nicht wie das bei euch immer ist, aber meistens sind hier diese Gummis recht störrisch im Abmachen und ich nutze da halt einen einfachen Trick, ich halte hier drüben das Loch zu und mache immer erst die Seite ab wo das Drehrohr dran ist vom Gasgriff und dann ist es eigentlich auch kein Problem mehr hier richtig zuzuhalten und auf der anderen Seite es abzuziehen, falls ihr das mal nur wechseln wollt, also das ist jetzt mal so ein kleiner Trick für alle, ich denke der eine oder andere kann was mit anfangen, also dann bis zum nächsten Mal beim Basteln